Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac Repetants. Yo, wir hauen heute noch eine weitere Challenge rein. Äh, da muss ich auch auf Challenges gehen. Und das ist der Blue Bomber. Mhm. Blue Bomber, jetzt nicht die leichteste Challenge, die es so gibt auf der Welt, aber wir schalten damit Golden Bombs frei. Das bedeutet auch, dass der D20 Game Break im, äh, Greed Mode nicht mehr allzu geil funktionieren wird, weil der wahrscheinlich Goldene Troll Bombs sammeln wird. Aber ist egal, wir gehen da jetzt rein und, äh, schauen mal, was hier abgeht. Denn eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, genau, wir spielen, gehen wir hier aus dem Weg, bitte, Bobby, ey. Wir spielen Blue Baby, ja, aber wir können nichts schießen. Wir haben nur Brother Bobby. Was wir können, ist, äh, Spacebar oder L2 drücken und dann können wir uns selbst in die Luft sprengen. Aber, weil wir Pyromaniac haben, tut uns das nicht weh. Und weil wir Mega Bombs haben, ist der Radius etwas größer und der Damage etwas mehr halt, ne? Ja, trotzdem, damit Mega Satan, das ist eine geile Nummer. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob es hier Item Rooms gibt oder nicht. Wir haben diese Challenge bereits geschafft, äh, auf dem Stream File. Und, äh, Joker, direkt, okay, geil. Also auf dem Stream File haben wir das bereits geschafft. Ich weiß aber nicht, ob wir das First File mit ganz vielen anholfen oder ob wir übelst Glück hatten oder so. Ich hab keine Ahnung. Naja, was wir wollen, sind natürlich alles Mögliche an Items, die irgendwie mit Explosions-Damage skalieren. Oder es halt verändern. Zum Beispiel dieses, äh, wie heißt der? Das ist ein Mega Man, dieses X da. Komm, mach, fink mal auf. Naja, wollen wir einfach noch eine größere Explosion machen. Dann können wir entspannt nach Crawl Spaces und Secret Rooms suchen, was ich hier gar nicht getan habe. Babom. Das ist halt Schmutz, ne? Und hier ist wahrscheinlich der andere. Na klar. Ach, guck mal, das passt ja, ne? Mmh, Dr. Feetis. Toti-Moti. Und jetzt können wir hier auch nochmal rein. Ah! Oh! Direkten Gubbi-Ite. Ich glaub, das bringt halt überhaupt gar nichts, ne? Merke ich gerade. Egal. So, Joker bewahren wir uns nochmal auf. Ich hoffe, dass wir irgendwie, naja, noch ein bisschen mehr Leben bekommen. HP, also rote Herzen gehen ja nicht, weil wir sind ja Blue Baby, ne? Hm? Aber machen wir jetzt mal den Boss weg. Also gerade auf den ersten Waves, auf den ersten Waves, what? Loss sollte jetzt eigentlich relativ stark sein, was wir hier haben. Ja, easy going. Marbles. Na ja, gut. Was geht hier? Huch. Was ist das? Was ist das? Das kenn ich gar nicht. Lucky Sack. Entering a new floor spawns a sack. Okay. Ja. Nehmen wir. Und dann gehen wir einfach mal zu Satanus rein, weil... Was soll's, ne? Hier wäre das zweite Guppy-Item. Aber ich... Hä? Wo kommt das denn her? Na ja, egal. Ich glaube eh nicht, dass es was bringt. Deswegen nehme ich Gimpy. In der Hoffnung auf... Äh, na ja. Dass er uns, ich sag mal, mit Soul Hearts beschenkt, wenn wir getroffen werden. Irgendwas stimmt heute auch mit dem Licht. Ne? Ich hab's ein bisschen verändert, weil... Also, ich hab nix geändert. Aber es war total überlichtet. Und jetzt hab ich halt die Lichter alle ein bisschen runtergeschraubt. Es sieht immer noch überlichtet aus. Und ich weiß nicht, warum. Ich hoffe, es funktioniert. Und nicht, dass wir wieder so merkwürdig aussehen. Bom. Na super. Bom. Bom. Pow. Peng. Skidusch. Super. Super, super, super. Dam, 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 dam. Ja, Damage haben wir halt nicht allzu viel. Die Fliegen würden ja damit skalieren, aber... Naja, ist halt kaum Damage da. Raw Space wenigstens, vielleicht. Irgendwas. Irgendwas. Irgendwer. Nein. Ich frag mich gerade, ob Fast Bombs, also dieses Item Fast Bombs, dafür sorgt, dass wir... Das ist halt die... Naja, schneller kann ich nicht, ja? Ob das dafür sorgt, dass es ausgehebelt wird und ich richtig abwählen kann? Das wär mega nice. Äh, toll. Oh, aber da ist sowas von. Gib mal her hier. Okay, das ist geil. Haft. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Ja, und wollen wir zu Satan? Wollen wir zu Angelo? Ich glaub eher Angelo, ne? Und irgendwas an defensiven Items suchen. Weil ich wüsste jetzt nicht... Also Twisted Pair könnte halt vielleicht noch ganz geil sein von Satan. Aber vielleicht kann man das in dieser Challenge auch gar nicht finden. Sowas gibt's ja auch. Dass gewisse Items und gewisse Challenges halt einfach wirklich... Nicht existieren. Bam. 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 Es ist schon satisfying. Aber wie gesagt, Mega-Satan, ne? Ja, 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 ja. 15 Euro. Sehr schön. Super Seeker Room. Nein. Dann aber vielleicht hier. Schmutz. Schmutz. Aber, oh, geil. Wirklich. Richtig big. Mhm. Ja, alles was ich will, ist eigentlich Survivability. Und irgendwas an Defense, ne? Irgendwas defensives. Also so ein Holy Mantle wäre halt wirklich ein big. Das würde uns echt viel HP saven. Ich würde mal überlegen, ob ich hier reingehe. Ich gehe einfach rein. Lass uns mal gucken. Oh. Okay. Ich glaube, das bringt nichts, aber... Egal. Ist mitgenommen. Pyramid oder Stars? Achso, ja, Stars. Es gibt ja gar keine Items, ne? Haben wir jetzt gesehen. Sehr schön. Dann gehen wir halt direkt in den nächsten Store. So, die Flooded Cave soll es sein. Ein Säckchen für mich. Und tschüss. Steam Sale. Okay. Das ist, äh, das ist gut. Das ist tatsächlich ganz gut. Ein Soulhug gibt es da auch noch. Das lohnt sich. Ja, ja, ja. Ist schon eine spaßige Channel, oder? Ich finde die sehr, sehr geil. Aber ist halt auch schwer, ne? Es gibt ja übrigens auch so ein paar Räume, wo man nicht so richtig ankommt mit der Explosion, ne? Und dafür ist Brother Bobby dann da. Für den Fall, dass wir an solche Räume geraten. Gucken wir erstmal, wer der Boss ist. Fessilenzium. War keine Chance. Natürlich kommt wieder... Natürlich kommt wieder... Satan. Ey, ich glaube, wir haben doch schon... Wir haben doch schon... Wer wird jetzt eingeloggt mit Gimpy? What? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich glaube, er sieht mich nicht. Bitte, bitte, bitte. Er sieht mich nicht. Er sieht... Jauuu. Oh nee, Mann. Hast gar kein Bock, ne? Nein, Challenges sind langweilig. Was soll das? Ja, müssen gemacht werden. Müssen gemacht werden. Da stecken wir jetzt alle drin. So. Egal. Ist das wirklich... Von einem Floor auf den nächsten Instant vergessen, was wir alle schon gemacht haben. Ich suche noch die Sequel-Drooms, weil die können halt noch sehr interessant sein. Oh. Können schmönen. Was soll denn da drin sein? Was dir helfen kann, hä? Komm Darkie, gönn' um. Kommt euch das an, merke es euch. Der zwingt mich zum Arbeiten und ich kriege gar nichts. Naja. Oh, das ist ja... Das ist widerlich. Das ist wirklich widerlich. Das mag ich auch nicht. Uff. Uff. Okay. Souveränisiert. Eheh, 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 eheh. Oh, so hart ist... Oh, ja, super. So hart ist gut. Ich hatte halt gehofft, dass da sowas wie Binky drin ist. Und dann? Weil wir dann halt auch unsere Scyzestown gemacht hätten. Ja und? Also eine kleinere Hitbox. Ach komm. Immerhin. Immerhin. Immerhin, gell? Besser wie Nix, sag ich mal. Eins. Tatoink. Komm Darkie, gönn' um. Ja, ich mach. Da. Yo. Balls of Steel. Are you a wizard? Verarscht. Egal. Ja, der Super Secret Room, ne? Wo ist er denn? Hier rechts vielleicht. Entschuldigen Sie. Immer mal durch hier. Jawoll. Da ist der Gerät. Schon wieder der Raum. What the... Puh, ey. Oh mein Gott, Darkie würde hier richtig abgehen. Ja, sammel mal alles ein, Darkie. Sammel, sammel. Was heißt hier Würde? Ich mach, ich mach. Oh nein. Was ist mit den Dingern los? Die leben oder so. Die hauen ab. Guck dir die Scheiße an. Hab ihn. 12, 13, 17, 49. Kriegst du? Oh. 4600 Dollar. Oh, jetzt gib mir alles. Das und das. Das ist toll. Gammelherz, noch ein Gammelherz. Ancient Recall. Was haben wir hier? Bad Trip. Lock up, geil. Dann haben wir Ancient Recall. Ich glaube, das war doch eine Joker-Card, ne? Okay, okay, okay. Ancient Recall erst mal. Strength bringt uns nix. The Word. Chariot wäre auch ganz cool. Joker. Uff. Ja, also Devil Dears bringen uns halt wirklich nicht allzu viel, ne? Ich glaube, wir haben die geilsten Devil Dears tatsächlich bekommen. Also Dark, Bum und Gimpy. Nehmen wir Chariot oder Word oder... Ne, komm, scheiß drauf. Nein, nein, nein. Wir lassen es mal. Ist jetzt nicht die beste Entscheidung, weiß ich. Aber... Was soll's, ne? WC, ey. Wen kümmert's? Bum. Was? WC? Hä? Und noch ein Blackheart. Danke, Darkie. Halt die Fresse. War jetzt hier nochmal drin? Gar nichts. Ich war da drin, Mann. Ich. Ach ja, Darkie. Moi, moi. Ja, ich kann auch nicht mehr, ne? Floor 4, das läuft doch ganz gut. Es läuft doch ganz guti-mudi. Äh, warte mal. Ist das Mega-Satan oder ist das Satan? Das ist Satanus. Ich dachte, das wäre Mega-Satan. Ich glaube, es ist Satan, weil wir haben den Schlüssel ja gar nicht, um zu Mega-Satan zu kommen. Aha. Ich kenne mich gerade auf. Blitzmerker. Ich glaube, es ist voll real, nur Satan. Ja, es ist Satan. Jetzt beruhig dich. Naja, egal. Marky Mark. Ist ein Speed Up? Das ist gut. Komme ich hier raus? Nee. Okay, okay. Ja, ich glaube, ich habe total Bullshit gelabert. Aber, na, werden wir sehen. Wäre zumindest nichts Neues. Ja, ja. Das kann ja noch nicht mehr triggern. Wenn wir von so und so vielen Explosionen getroffen werden, dann kriegen wir ein Item. Hey, das ist auch ganz gut. Ja, ja. Die Explosiven fliegen, die nehme ich sonst nie. Aber jetzt ist uns ja egal, ne? Ey, das Bild ist wirklich richtig milchig. Oder liegt es an meinen Augen? Ich weiß es nicht. Richtig komisch. Mega, mega komisch. Egal. Ich hoffe, das wird. Ich liebe Technik, die sich einfach verändert, obwohl man nichts geändert hat. So, der Windows-Klassiker, ey. Geht der PC morgen noch an? Man weiß es nicht. Aha. Hm. What? Bad Trap? Nee. Danke, aber nein, danke. So, ist der Baus oben? Wahrscheinlich schon, ne? Böf. 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 Was ist denn da gerade Explosiven? Ach so, ja, die Fliege, klar. Ey, ich bin irgendwie durcheinander heute. Oink. Magic Mush. Magic Mush. Drawspace. Magic Mush. Ganz viel. Oh, Mini Mush. Mini Mush. Gut. Pilze tun trotzdem weh. Egal. Nimmst du das bitte? Ja. Sollte auch keine Chance haben. Und wir kriegen tatsächlich wieder Satan, ne? Uf. Okay, damit haben wir auf jeden Fall Devil Deals confirmed für immer. Ich würde Little Delirium auch nehmen, weil was soll's. Weil was soll's. Genau. Und das müsste uns jetzt zwei Zorot geben. Uf. Aber Birthright für Blue Baby ist ganz cool. Das hilft. Necropolis. Ich wollte gerade sagen, wo sind denn meine Trinkets hin? Aber wir haben's geswallowed, weil wir ja Marbles hatten. Ba, 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 ba. Yo, yo, yo. Gut. Das ist schon echt ziemlich stark, ne? Naja. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Tut mir leid. Das ist halt ein bisschen gemein. Oh, Spray. Yeah. Mmh. Halfdown. Geil, geil, geil. Ja, Joker brauchen wir uns eigentlich gar nicht mehr, ne? Ja, ich nehm's einfach jetzt, weil... Was soll's. Uh. Einfach damit unsere Fliegen ein bisschen mehr skalieren, ne? Nehmen wir mal Damage hier. Dankeschön. Ba, 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 ba. Devil. Trinkt uns auch nix. Pheromones. Meh. Dam, da, dam. Oh, Reverse Fool. Drops all of Isaac's Hearts. But one. And all of his pickups. Brauchen wir mich, ne? Brauchen wir mich. Ich nehm's trotzdem damit. Vielleicht haben wir aus irgendwelchen Gründen plötzlich Bock. Wer weiß. Geht's hier weiter? Yo. Ace of Hearts. Ace of Hearts. Damit beschleunigen wir mal kurz das hier. Oh, you know what? Irgendwie... Ich fühl's irgendwie. Komm. Eins. Zwei. Drei. Richtig blessed. Oh, dankeschön. Godhead, ey. Entering a new floor after visiting a devil room and not packing any items grants damage and soul heart. Okay. Naja. Hm. Dann war's das, oder? Ich glaub, das war's. Jetzt kommen die Bomben. Jetzt kommen schon die Angelos, ne? Bomben. Bomben. Dankeschön. Jetzt kommt Gabi. Ja, ich kann... Ich weiß grad nicht, wer das da ist, ne? Also ist das Satan? Mega-Satan? Wer ist das? Ich dachte wirklich, das wär Mega-Satan. Weil dann könnten wir auch ne Abkürzung in den Darkroom direkt nehmen. Kannst du mal einmal auf mich hören, Mann? Es ist ernsthaft nur Satan. Ja, ha. Ist ja lame. Ist ja lame. Du bist lame, Mann. Ich hab ernsthaft gedacht, das wär Mega-Satan. Du hast gar nichts gedacht. Das hast du wirklich. Naja. Ist schon ne Minute her, dass wir's gemacht haben, aber... Ist das nicht ein bisschen zu easy für Satan? Ein Mega-Satan wär halt heftig, ne? Du musst ja auch an ihn ran und so. Hm. Naja. Naja, naja. Ach komm, scheiß auf die Bombe. Was soll ich mit ner Bombe? Sagen wir mal ganz ehrlich. Heck. Man. Heck, man. Lemon Party. Lemon Party, Lemon Party, Lemon Party, Bad Gas, Luck Up. Ich würd ja super gerne hier drinnen meine Items droppen und dann rerollen. Aber was soll das bringen? Erstmal hab ich nix zum rerollen. Und zweitens, ja, was soll ich jetzt mit Brock Bottom zum Beispiel? Bringt halt nix. Äh, gehen wir mal erst gucken. Ach, haben wir ja schon. Äh, ja, Luck Up wenigstens, ne? Schwink. Und weiter. Ich bin richtig enttäuscht gerade. Richtig enttäuscht. Naja. Naja. Plupp. Bam. Bam. Tja. Naja. Auf jeden Fall, äh, die Umfrage läuft ja noch auf... Also für mich jetzt, gerade wo ich die Folge aufnehme, äh, läuft die Umfrage für meine Bestrafung noch. Hey, Homer, yo, was geht? Aber nur sein Gesicht. Ähm. Aktuell sieht es da noch aus, als wollt ihr einen 12-Stunden-Stream haben. In dem wir dann natürlich auch wieder gewisse... Gewisse Challenges machen können. Oder einfach nur Spaß haben können oder so. Wir können alles machen. 12 Stunden Isaac ist halt schon immer so eine Sache, finde ich. Weil nach 3, 4 Runs bin ich meistens schon offen. Dann ist es vorbei. Guck mal. Hey, je. So, dann bin ich durch. Das heißt, äh, spätestens so nach 4 Stunden... ...wird das schwierig. Ne? Dann haben wir immer noch 8 vor uns. Aber ist okay. Ist okay. Ich hatte mir ja auch noch was überlegt, was das Ganze noch mal ein bisschen spicier machen würde. Aber das announce ich dann, wenn es soweit ist. Ich will ja jetzt lieber einen beeinflussen. Funktioniert das überhaupt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. To shoot tears that create rifts. Ja, okay. Ne. Hm, tschüss. Tschüssi, Kowski. Bossi, Rushi? Ja, eh? Hm. Hm. Es lohnt sich alles nicht. Ist alles nicht so geil. Ne, komm. Scheiß drauf. Dann im nicht. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Und tschüss. Ja gut, das ist schon ein Satisfyer. Hätte ich die Challenge ja easy noch hinter der anderen machen können. Aber die ist jetzt schon fast auf YouTube hochgeladen, fertig bearbeitet und alles natürlich. Äh. Na ja. Was soll's. Ja, da oben war noch ein schwarzer Sack, aber was soll da schon großartig rauskommen? Blackheart? Toll. Kann ich nicht nehmen. Doch kannst du. Spuss. Oh, das ist ja, das ist ja geil hier, ne? Das ist richtig cool. Souverän. Geil. Bam. Ne, das geht hier. Ratzi, Fahrzeuge, das hier ist ja alles kein Problem, ne? Satan. Also ehrlich. Ich dachte, das ist eine Challenge. Sagt er und starb zwei Floss später, ey. Okay, Tearsap hat keinen Einfluss da drauf, aber der Raum Reset. Warte mal. Ist das ein Goldenpil? Ne. Hallo. Meine Karte, bitte. Gimme. Pheromones. Da-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Es ist ja wirklich. Es grenzt ja schon an Langeweile hier. Es ist ja einfach nur hinlaufen, L2 drücken und weiter. Lodi Mahodi. Uh. Und da ist Binky. Noch mal ein bisschen kleiner werden. Money equals Power. Nehme ich. Und das da? Nehme ich auch. Weil warum nicht, ne? Daki nimmst du? Ey, bitte. Bitte rede einfach nicht mehr mit mir. Ich kann das alles nicht mehr. Danke. Alter. Und tschüss. Oh. Ja, ja. Happy, happy, happy. Mäh. Mäh, mäh, mäh. Was soll's? Ey, ganz ehrlich. Scheiß auf die. Scheiß auf euch. Da war noch ein Blackguard. Hab ich genau gesehen. Hab ich eigentlich sogar durch die Räume durchsprengen, einfach, ne? Really Speedrun machen hier. Hm, raus da. Raus da. Mäh. Das ist ja Wahnsinn. Oh, Mann. Na, ja. Die ganzen heftigen Challenges, also die richtig heftigen, die kommen ja noch, ne? Ultra Hard, sag ich nur. Oder meinetwegen auch Back Ass, Back Ass, was heißt das, glaub ich, einfach wirklich nur? Das ist ja halt eigentlich kein Ding. Rimstone, boah, das ist schon geil, aber bringt uns halt nada, ne? Den nehme ich. Ähm. Ich mach einfach. Ich sag doch nicht nein zu Rimstone. Ganz easy. Ganz easy peasy. Das Herz will ich noch? Also, da geh ich auch nochmal rein. Piff, paff. Und dann sind wir hier weg. Runter. Ich weiß gar nicht, wir sind jetzt bei 24 Minuten Aufnahme. Der Run geht 20 Minuten. Gut. Piff. Ha. Mal gucken, wie schnell ich noch kann hier. Dann halt mal wieder raus. Entschuldigung. 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 Tut mir leid. Oh, warte. Ich will die Bücher haben. Oh mein Gott. Jetzt hätt ich Bible auch noch, ey. Yo. Wirst du mit Bookworm, ne? Ne, eins noch. Gut. Schön toll. Oh, sogar der. Und der ist Rockbottom. Ich seh's noch ganz genau vor mir. Nein. Satanus. Was ja bekanntlich ist, äh, Latein für, äh, Satan. Bang. Ja, wo mich etwas verkalkulonst geht. Verkalkulonst. Baka. Ah, Chiki. Chaka. Schoko. Lade. Einmal Chinking. Fertig. Und dann sagen wir nochmal, schieß du unseren Items hier. Ja. Ja. Das war's. Das war ja doch sehr ernüchternd. Jetzt haben wir die goldenen Bomben. Die goldenen Bomben. Ähm, aber, aber hey. Das war's gewesen, ey. Freunde, das war eine schnelle Nummer. Ich hab mich wirklich auf einen Mega-Satan-Fight eingestellt. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Spaß gemacht hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, äh, für diese explosive Folge. Mann, du bist so peinlich. Ja, geil. So ist es nämlich. Äh, und wenn ihr mal live dabei sein wollt, ne? Äh, wie gesagt, äh, zwölf Stunden Stream. Wahrscheinlich in Coming ist eure Strafe, die ihr ausgesucht habt für mich. Da ich, äh, die Challenge verkrackt hab. Ne? Ich sage bis morgen und wünsche euch das aller, allerbeste. Und sage, stay cozy. Tschüssi, bye-bye. Hallo, hallo, bumm. Tschüss. 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 Tschüss.